Yo Leute was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch zeigen wie man bei Atlas ein Boot craften kann. Für das müsst ihr ganz einfach in die Anfangsstadt gehen und wenn ihr da in dieser Anfangsstadt seid, müsst ihr vorne zu diesem Steg gehen und ganz vorne beim Steg da steht jetzt einer. Der kann euch... Natürlich sind diese Boote nicht gratis, ihr müsst da mitnehmen. Ihr müsst Holz, Fiber und Leder mitnehmen, weil sonst gibt er euch nichts. Ihr müsst es einfach bei euch im Inventar lassen und dann könnt ihr rechts drüben, könnt ihr da jetzt klicken. Und wie ihr seht, hat er euch jetzt ein Boot hingezaubert. Keine Ahnung wie der das schafft so schnell die Boote hin zu zaubern. Aber ja, das war jetzt mal ein kleines Tutorial, wie man ein kleines Schiff baut. Natürlich gibt es noch grosse Schiffe oder mittelgrosse oder Todesschiffe glaube ich gibt es auch noch. Das ist wirklich ganz krass. Ich weiss nicht, ob ihr das schon gesehen habt, aber wenn man nachts auf die Meere rausfährt, dann schweben da so Totenschiffe rum. Und glaubt mir Leute, gegen die wollt ihr es nicht annehmen. Die sind wirklich sehr stark und die machen euch richtig schnell kaputt. Also wirklich, rüstet euch gut aus, wenn ihr nachts über die Meere streift. Und ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Ein Abo würde mich freuen und man hört sich im neuen Video wieder. Bye bye.